Die Causa Pilnercheck hat in den vergangenen Monaten für große mediale Aufmerksamkeit gesorgt. Spätestens seit dem Öffentlichwerden der brisanten Audiodateien, wonach Interventionsversuche von Seiten der ÖVP stattgefunden haben sollen, steht der Tod des Justizsektionschef Christian Pilnercheck in einem anderen Licht. Nun wurden die Ergebnisse der offiziellen sechsmonatigen Untersuchung präsentiert. Der Endbericht hält fest, dass es in Österreich zu einer politischen Einflussnahme auf die Justiz gekommen ist. Darin ist unter anderem die Rede von fehlender Distanz zwischen Politik und Justiz, dem Versuch der Zerschlagung der WKStA und einer Zweiklassenjustiz. Jene Parteien, die eine gewisse Zeit lang an den Machtpositionen sitzen würden, hätten natürlich auch eine Tendenz, die Machtpositionen letztendlich vielleicht für ihre Zwecke zu nutzen. Das sagt Martin Kreutner, Leiter der Pilnercheck-Kommission, am Montagabend im Zuge eines ZIP2-Interviews mit Armin Wolf. Anlass für den sechsmonatigen Pilnercheck-Untersuchungsausschuss waren die Audio-Files gewesen, die Ende des vergangenen Jahres öffentlich gemacht wurden. Einer der von dem mittlerweile verstorbenen Justiziar Christian Pilnercheck dabei besonders schwer belastet wurde, ist ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Das sei aber nicht der einzige Fall, der von Interventionsversuchen zeuge. Kreutners Team habe starke Indizien dafür gefunden, dass es unter anderem zu Verfahrensverzögerungen und Ehrenrunden gekommen sei. Generell fiele es an Distanz zwischen der Justiz und der Politik, das wird so zumindest in dem nun veröffentlichten Bericht festgehalten. Auch von einer Zweiklassenjustiz ist die Rede, wonach Personen des öffentlichen Interesses anders behandelt werden würden als der Rest der Bevölkerung. Dies sei klar ein Widerspruch zur Gleichheit vor dem Gesetz. Die Handhabung der sogenannten glamourösen Fälle würde Kreutner gar mit den Noten 4 bis 5 bewerten, Stand heute wäre Österreich gar nicht mehr EU-aufnahmefähig. Wenn Sie die allgemeine Justiz, wenn ich Sie richtig verstehe, mit 1 bis 2 bewerten würden, wie würden Sie denn dann die Handhabung der klamourosen Fälle bewerten? Auf einer 5-Stillings-Skala oder einer 10-Stillings-Skala. Auf einer Schullotenskala? Nach Notensystem würde ich dann sagen, sind wir leider Gottes, wenn wir ehrlich sind, auf 4 bis 5. Das ist ein wirklich verheerendes Zeugnis. Es ist Faktum. Es ist auch deswegen der Grund, warum wir heute nicht mehr EU-aufnahmefähig wären. Welche Parteien im Speziellen auf die Justiz Einfluss genommen haben, wollte Kreutner nicht verraten. Essentiell für derartige Entwicklungen sei aber die Zusammenlegung wichtiger Sektionen gewesen. Zukünftig will man Maßnahmen umsetzen. Dazu gehört unter anderem die Trennung der Weisungsspitze der Judikative, also der Justiz von einem politischen Organ, sprich die Generalbundesanwaltschaft. Hinweise, die geklärt werden müssen, wurden währenddessen an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017